Verehrtes Publikum, herzlichen Dank für Ihren langen, enthusiastischen Applaus. Es schreit ja förmlich nach einer Zugabe. Vor allem, wenn mir der Konzertmeister das von der Seite reinflüstert. Na gut, wir kommen natürlich nicht unvorbereitet. Wir haben eine ganz besondere Zugabe für Sie, und zwar von Heinrich Josef Bermann, dem Klarinetisten, für den Weber eigentlich die meisten seiner Klarinettenberge geschrieben hat. Heinrich Josef Bermann war damals Weltstar-Klarinetist. Und es war damals natürlich auch glücklich, dass die Weltstars, überhaupt die aktiven Musiker, auch selbst komponiert haben, um für ihr eigenes Instrument zu schreiben, das Repertoire entsprechend zu erweitern. Und da hören Sie jetzt das Adagio, also der langsame Satz, aus einem seiner Klarinettenquintette. Hier natürlich in der Fassung für Klarinette und Streichorchester. Ein wunderbares Werk, wahnsinnig klarinetistisch geschrieben. Und es wurde lange Zeit für ein Stück von Richard Wagner gehalten. Ursprünglich waren nämlich die eigentlichen Noten verschollen. Es fliegt nur dieser Satz übrig. Und ja, aufgrund eines sehr interessanten Mittelteils, das werden Sie hören auch in den Streichern, da sind sie ins Tremolo wahnsinnig mysteriöse Klänge gekommen da vor. Und es erinnerte einfach wahnsinnig an Wagner. Also meint ihr, der Wissenschaftler, das ist Wagner. Naja, dem ist nicht so. Hören Sie also nun das Adagio aus einem Klarinettenquintet von Heinrich Josef Bermann. Applaus Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017